Der Top-Favorite ist für mich Barcelona. Auch wie sie dieses Jahr wieder Fußball spielen. In einem Spiel ist alles möglich. Kann ich noch mal zahlen? Nein. Was sagst du denn Nein? Es gibt wirklich Fußball-Weisheiten. Die müssen nicht honoriert werden. Was meinst du denn so? Der Ball ist rund oder was wolltest du jetzt sagen? Bei uns sind die Regeln streng. Die Tagesform ist oft entscheidend. Ist das gebührenpflichtig? Ja, total. Du kannst noch so gut arbeiten, wenn du dann, wie hat es der Rudi Assauer gesagt, Stimmung schlägt Qualität. Da ist es wichtig, dass ein Trainer dafür sorgt, die entsprechende Stimmung innerhalb der Mannschaft aufzubauen. Das ist eine unheimlich hohe Qualität. Das Problem ist nur, du hast nachher viel Qualität oder das Problem mehr. Dafür werden wir sogar bezahlt. Und dafür muss ich noch was bezahlen. Das ist eine meiner originären Aufgaben als Trainer, das entsprechend umzusetzen. Und dafür soll ich hier bezahlen, einmalig. Das ist eine meiner Meinung nach. Ich glaube, du siehst mal einen strengen Blick von der Zahl. Ich glaube, du siehst mal einen strengen Blick. Ich wollte sagen, es ist eine Ausnahmeregelung. Nicht, dass jetzt jeder kommt, jede Woche und zahlt gleich 20 Euro ein. Sehr gut, Thomas. Vielen Dank. Wir müssen die Preise dann ein bisschen erhöhen wieder. Das ist dann doch ein bisschen zu wenig für die vielen Phrasen.